Advent, Advent, Overline-Brend Hi, herzlich willkommen zur Adventsfolge von Overline-TV. Ich bin Matt. Wenn ihr fleißige Zuschauer seid und pünktlich eingeschaltet habt und zwar am 1. Dezember, dann ist heute der Welt-Aids-Tag. Wenn ich meinen Arm wegnehme, sieht man auch mein Schleifchen. Ich bin anständig und trage mein Schleifchen, was ihr heute auch alle tun solltet. Außerdem gibt es diese tolle Bärchen. Höchstwahrscheinlich habt ihr sie schon verpasst. Diese wurden verkauft am 29. und 30. November an der Konstablerwache von der Aids-Hilfe. Es kann sein, dass noch einige Apotheken-Libärchen haben. Ansonsten mal bei der Aids-Hilfe selbst nachfragen per E-Mail oder Telefon, ob noch welche über sind. Ansonsten habt ihr das da verpasst. Wir werden ja auch nicht Overline ohne Geschenk. Okay, werden wir schon, aber trotzdem gibt es ein Geschenk. Und zwar die erste Folge der Home-Story. Jetzt aber erstmal die Vorschau davon. Wir sind auf Sendung. Hallo, ich begrüße euch heute zu Selma Jacobs The Home-Story. Und wir sind auf dem Weg zu einer ganz besonderen Person. Da sie eine vielbeschäftigte Frau ist, treffen wir sie bei ihrer Schönheitsbehandlung hier im Studio Kreativ. Bitte nehmen Sie noch einen Moment Platz. Entschuldigung, wie lange wird es denn ungefähr noch dauern? Entschuldigung. Keine Ahnung, wir warten jetzt schon seit zwei Stunden. Ich hoffe, die kommen gerade. Ja, das ist ja bis später. Tschau. Erwin. Hätte die Tante da hinter der Tegel zwischenzeitlich einen Schlaganfall oder was? Ach, ich glaube, die kommt. Ihr seid jetzt sicher genauso aufgeregt wie ich und wollt unbedingt wissen, wer Selmas erster Interviewpartner wird. Das erfahrt ihr dann am 15. Dezember in der richtigen Folge auf www.overline.tv oder www.the-homestory.de Jetzt erstmal die Werbung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aufgeraucht habe ich immer noch nicht, deshalb gibt es jetzt erstmal die Owens im Dezember. Alle sind sie am qualmen. Am 4. Dezember der Treni-Treff im Jerome in Frankfurt am Main um 20 Uhr. Am Freitag, dem 6. Dezember in Leipzig im Wirtshaus am Monarchenhögel die Helene-Fischer-Dubelshow. Am Samstag, dem 7. Dezember die Aids-Gala zugunsten der Aids-Hilfe Wiesbaden und zwar die Ballnacht um 19.30 Uhr im Kurhaus. Am Samstag, dem 7. Dezember die X-Termis-Party Jingle Bells ab 21 Uhr in der Unionhalle Frankfurt. Am Samstag, dem 14. Dezember die Gay ab 22 Uhr im Katana-Club. Ebenfalls an diesem Abend ab 23 Uhr die Milk & Cream im Circus in Frankfurt. Am 25. Dezember die Weihnachts-Delicious im Gibson in Frankfurt am Main um 22 Uhr. Ab jetzt ist auch wieder der schwule Weihnachtsmarkt für euch eröffnet, bei uns in Frankfurt. Ich gebe jetzt wieder zu dem anderen in das brennende Studio. Sag mal, geht die Welt schon wieder unter oder ist er da Stammgast? Neues Schachtel, neues Glück. Wir freuen uns aufs nächste Mal und das war's mit dieser Folge von Overline TV. Wir freuen uns aufs nächste Mal und das war's mit dieser Folge von Overline TV. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.